Alexis Crawford war eine talentierte und schöne Frau. Mit einer liebevollen, zwölfköpfigen Familie hatte sie kaum einen langweiligen Moment in ihrem Leben. Aufgewachsen in Athens, Georgia hat sie noch fünf Brüder und vier Schwestern, die ihr alle sehr nahe standen. Sie war fürsorglich, lustig, loyal und mutig. Sie setzte sich immer für ihre Liebsten ein und tat alles für sie. Im Jahr 2016 ging sie an die Clark Atlanta Universität, um Soziologie und Strafjustiz zu studieren. Sie hoffte, Anwältin zu werden, um Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Nachdem die 21-jährige Alexis für ihr Studium anderthalb Stunden weggezogen war, hielt sie den täglichen Kontakt zu ihren Angehörigen aufrecht. Abgesehen davon, dass sie sich für die Strafjustiz einsetzte, war Alexis auch eine Künstlerin. Wenn sie nicht gerade mit Schularbeiten oder mit den Lernen für Prüfungen beschäftigt war, verbrachte sie ihre Zeit mit dem Zeichnen. Doch am 30. Oktober 2019 ist Alexis einfach verschwunden. In der einen Minute lachte sie noch über Kamera mit ihrer Mutter. In der nächsten war sie einfach weg. Neun lange Tage später wurde der Körper von ihr in einem Park gefunden. Sie war in den frühen Morgenstunden von Halloween einfach in der Kälte abgelegt worden. Die Familie von Alexis war schockiert, als sie erfuhr, dass einer der Verantwortlichen für ihr Ableben jemand war, der viele Feiertage in ihrem Haus verbracht hatte. Ihre Ängste und beste Freundin. Während ihres ersten Studienjahres an der Universität lernte Alexis ihre Kommilitonin Jordine Jones kennen. Jordine wuchs in der Kleinstadt Orbenholtz, Chicago auf, wo ihr Vater Kirchendiakon und Polizeibeamter war. Alexis und Jordine verstanden sich auf Anheb. Sie wurden beste Freundinnen und zogen später zusammen in eine Wohnung in einem Wohnkomplex nur fünf Minuten vom Campus entfernt. Alexis lud Jordine sogar ein, ihre Familie zu Hause kennenzulernen, wo sie mit offenen Armen empfangen und wie eine der ihren behandelt wurde. Von diesem Tag an verbrachte Jordine jeden Urlaub mit den Crawfords, welche das Duo als zwei Erbsen in einer Schote bezeichneten. Am 26. Oktober 2019 beschlossen Alexis, Jordine und Jordines Freund, der damals 21-jährige Baron Bentley, ein angehender Rapper, etwas trinken zu gehen. Als sie wieder nach Hause kam, waren alle drei gut angetrunken. Irgendwann fühlte sich Jordine nicht mehr gut und legte sich in ihr Bett. Nach einer Stunde wachte sie wieder auf und wollte ins Bad gehen, doch die Tür war verschlossen. Sie klopfte an die Tür und heraus kam ihr Freund Baron ohne Hemd und Alexis lag nur mit einem BH bekleidet und ohne Bewusstsein auf dem Badezimmerboden. Das erste, was Baron zu Jordine sagte, war, dass er sie nicht angefasst und sie auch nicht geschändet habe. Zwischen Jordine und Baron kam es dann zu einem Streit, der erst endete, als Baron sich die Schlüsse zu ihrem Auto schnappte und abhaute. Im Anschluss rief Jordine den Notruf. Sie meldete ihr Auto als gestohlen und fügte beiläufig hinzu, dass sie glaubt, dass ihrer Freundin etwas zugestoßen wäre. Anschließend rief Jordine die Freundin ihre älteren Schwester an, Brittany, und bat diese zu ihr zu kommen. Als Brittany ankam, fand sie Alexis auf dem Boden sitzend und unkontrolliert weinend vor. Alexis erzählte Brittany, dass sie geschändet worden war. Und Brittany rief daraufhin sofort den Notruf und Alexis wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus erstattete Alexis Anzeige gegen Baron und gab an, dass er sie möglicherweise geschändet haben könnte, während sie das Bewusstsein verloren hatte. Gegenüber der Polizei von Atlanta sagte sie, dass sie sich daran erinnere, dass Baron sie berührt und geküsst habe, aber irgendwann wurde sie dann ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kam, fand sie sich fast völlig unbekleidet auf dem Badezimmerboden liegend wieder. Alexis unterzog sich dann einer Untersuchung auf Schändung und das Ergebnis bestätigte ihre Befürchtungen. Barons Rückstände wurden in ihrem Körper gefunden. Aus unbekannten Gründen wurde Baron nicht direkt verhaftet. Die Polizei von Atlanta erklärte später zu ihrer Verteidigung, dass Alexis nur eine ungerechtfertigte Berührung und einen Kuss und keine Schändung angezeigt habe. Dieses Versäumnis der Polizei, Baron zu verhaften, erwies sich als fatal, da Alexis nur drei Tage später verschwand. Baron hatte es irgendwie geschafft, Jodie davon zu überzeugen, dass er in der Nacht des 26. so viel getrunken hatte, dass er Alexis irrtümlich für sie gehalten hatte. Und daraufhin versöhnte sich das Paar wieder. Nachdem sie Anzeige gegen Baron erstattet hatte, sprachen Alexis und Jodie nicht mehr miteinander. Jodie hatte mehrere Verwandte von Alexis angerufen und denen gesagt, dass Barons DNA nicht gefunden wurde. Das war jedoch eine falsche Aussage. Von diesem Tag an war klar, wer Jordanes volle Unterstützung hatte. Und das war nicht Alexis. Nach dem Vorfall schrieb Alexis ihren Freunden, dass sie sich unwohl fühlte und Angst hatte, in ihrem Schlafzimmer zu schlafen. Stattdessen schlief sie auf dem Wohnzimmersofa. Was Alexis zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wusste war, dass die Person, vor die sie sich so fürchtete, nur ein paar Meter von ihr entfernt und sich in Jordanes Schlafzimmer versteckte. Jodie hatte Baron am 27. Oktober wieder in die Wohnung gebracht und ihm erlaubt, für die nächsten vier Tage in ihrem Zimmer zu bleiben. Alexis wusste nicht, dass sie mit ihrem mutmaßlichen Schänder alleine in der Wohnung war, während Jordine auf der Arbeit oder im Unterricht war. Am Mittwoch, dem 30. Oktober, sah Alexis ihre Mutter um 15.23 Uhr. Nach Angaben ihrer Mutter lachte Alexis und schien gut gelaunt zu sein. Um 20.44 Uhr schrieb die Schwester von Alexis eine SMS, in der sie sie fragte, was sie am Wochenende vorhabe, woraufhin Alexis antwortete, nichts. Die Schwester schickte noch eine weitere SMS, erhielt dann aber keine Antwort mehr. Um 23.30 Uhr wurde Alexis auf Überwachungsaufnahmen in einem Spirituosengeschäft gesehen, wo sie einen rosa Kapuzenpullover und eine schwarze Hose trug. Danach wurde sie nie wieder lebend gesehen. Am 31. Oktober versuchte Alexis' Familie, sie zu erreichen, aber alle Anrufe und SMS blieben unbeantwortet. Die Funkstille war ungewöhnlich, denn Alexis antwortete ihrer Familie immer und sah es nur, um mitzuteilen, dass sie beschäftigt war und deshalb nicht sprechen konnte. Am 1. November meldete die Familie von Alexis sie dann als vermisst. Am selben Tag suchte die Polizei von Atlanta die Wohnung außerhalb des Campus auf, die sie mit Schottin teilte. Diese erzählte den Ermittlern, dass Alexis sie in der Nacht des 30. Oktobers gebeten hatte, sie zum Spirituosengeschäft zu fahren. Sie willigte ein und brachte Alexis um 23.30 Uhr zum Geschäft. Um 12.30 Uhr kehrten die beiden dann nach Hause zurück. Jodine gab an, dass sie direkt ins Bett ging, da sie früh am Morgen eine Vorlesung hatte und als sie am nächsten Morgen aufwachte, war Alexis nicht da. Sie sagte den Ermittlern und der Familie von Alexis, dass sie nicht wisse, wo Alexis sei oder was mit ihr geschehen war. Dies sollte sich als eine von vielen Lügen herausstellen, die sie im Laufe der Ermittlungen erzählen würde. Die Ermittler konnten in der Wohnung weder Alexis' Handy noch Bankkarten oder einen Studentenausweis finden. Die Telefonaufzeichnungen zeigten, dass ihr Telefon irgendwann zwischen 2 und 3 Uhr nachts ausgeschaltet wurde. Die Polizei startete eine landesweite Suche nach dem vermissten Studenten. Auf dem gesamten Campus und in den Nachbarstädten wurden Flugblätter ausgelegt. Die Eltern von Alexis wandten sich an die Öffentlichkeit und baten um die sichere Rückkehr ihrer geliebten Tochter. Unter Tränen flehte Alexis' Vater, ich liebe dich Kleines, komm einfach nach Hause. Jordin postete sogar auf ihren sozialen Medienseiten ein Foto des Flugblatts und schrieb noch, dass sie sich so hilflos fühlen würde. Die Angehörigen von Alexis sollten bald erfahren, dass Jordin überhaupt nicht hilflos war. Tatsächlich war sie eine von nur zwei Personen, die ganz genau wussten, wo Alexis war und was mit ihr passiert ist. Jordin hatte versucht, die Rolle der besorgten Freundin zu spielen, aber die Ermittler fanden schnell die Wahrheit heraus. Als die Polizisten die Wohnung von Alexis und Jordin durchsuchten, entdeckten sie einen kleinen Blutstropfen auf dem Waschbecken im Badezimmer. Mithilfe von Luminol fanden sie noch mehr Spuren an mindestens fünf bis sechs verschiedenen Stellen in der Wohnung. Die Überwachungskameras in der Tiefgarage des Apartmentkomplexes haben aufgenommen, wie Jordin und Barron um drei Uhr morgens in Jordins Auto stiegen, was ihrer Aussage widerspricht, dass sie um zwölf Uhr dreißig zu Bett gegangen sei. Barron fuhr das Auto direkt rückwärts vor den Fahrstuhl. Siebzehn Minuten später fuhren sie aus dem Gebäude heraus und kehrten um vier Uhr neun zurück. Die Ermittler entdeckten Nachrichten zwischen Jordin und Barron, in denen sie ihn aufforderte, die Überwachungskameras im Parkhaus zu zerstören und schrieb, erledige es. Eine Freundin von Jordin meldete sich bei der Polizei. Jordin hatte ihr eine SMS über einen Plastikbehälter geschrieben. Sie sagte, ihre Eltern hätten ihr eine Plastiktonne geliehen, da sie vorhatte, zurück nach Michigan zu ziehen. Sie sagte, sie habe die Tonne nicht mehr und bat ihre Freundin, so zu tun, als hätte diese sich die Tonne ausgeliehen, falls ihre Eltern den Verbleib der Tonne in Frage stellen würden. Die Ermittler erfuhren bald, welche große Bedeutung die verschwundene Plastiktonne hatte. Am 8. November konfrontierten die Ermittler Jordin mit den Beweisen und sie gestand daraufhin den Mord an Alexis Crawford. Mit ihrem Vater an ihrer Seite führte sie die Ermittler zu dem Körper. Alexis wurde dann im Exchange Park in Delcap County aufgefunden. Sie war in eine blaue Decke eingewickelt. Ihre Hände waren mit dem rosa Kapuzenpulli verbunden, den sie zuletzt getragen hatte, und es befand sich ein blaues T-Shirt um ihren Hals. Über ihren Kopf war eine Mülltüte aus Plastik gelegt, und neben ihrem Körper lag eine Plastiktonne. Laut Jordines Aussage gab sie gegenüber Alexis, nachdem sie am 30. Oktober vom Spirituosengeschäft nach Hause gekommen war, zu, dass Barron in den letzten vier Tagen in ihrem Zimmer gewohnt hatte. Die beiden begannen dann zu streiten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kam Barron dann aus dem Zimmer von Jordin heraus und begann, seine Hände um Alexis ihren Hals zu legen. Barron gab den Ermittlern gegenüber zu, die Hände um Alexis gelegt zu haben, sagte aber gleichzeitig, dass Jordin bei der Tat geholfen habe, indem sie ihre ehemalige beste Freundin mit einem Plastikmühlsack ums Leben brachte. Alexis wehrte sich mit allen Mitteln. Sie schaffte es, ein Loch in diese Plastiktüte zu reißen, aber Barron machte mit den Händen weiter, bis sie letztendlich verstarb. Laut den Ermittlern soll Barron gesagt haben, dass er wusste, dass Alexis verstirbt, weil sie sich anhörte, als würde sie leiden. Danach soll das Paar Alexis' Körper in eine Plastiktonne gepackt, die Tonne in Jordins Fahrzeug geladen und zum Park gefahren haben, wo sie die Tonne über einen Hügel schoben. Durch die Wucht des Aufpralls fiel Alexis beim Landen aus dem Behälter. Das Paar kehrte nach vier Uhr morgens nach Hause zurück, säuberte ohne Erfolg den Tatort und ging dann zu Bett. Am nächsten Tag gingen sie gemeinsam zu einer Halloween-Party, so, als wäre nichts geschehen. Jardine Angel Marie-Jones und Barron Renwick-Brandley wurden angeklagt und sind derzeit im Gefängnis von Fulton County inhaftiert. Die Verhandlungstermine wurden noch nicht festgelegt. Die Polizei von Atlanta sagt, dass sie noch kein Motiv für die Tat hat, aber für die meisten Menschen ist die Antwort ganz klar. Das alles wurde Alexis angetan, weil sie die Schändung gemeldet hatte. Was Alexis passiert ist, ist einer der drei Hauptgründe, warum Opfer solcher Übergriffe die Tat oft nicht anzeigen. Angst vor Vergeltung. Obwohl Alexis mutig den Täter anzeigte und versuchte ihn daran zu hindern, weitere Personen Schaden zuzufügen, erhielt sie nicht die Hilfe, die sie brauchte. Der Traum von Alexis war es, Anwältin zu werden und ihr Leben der Gerechtigkeit für andere zu widmen. Und jetzt kämpft ihre Familie dafür, dass ihr Gerechtigkeit widerfahren wird. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020